Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, wir wollen nun zum Anschluss der letzten Regionalliga. Wenn wir als Spiele in der Saison 96-97 hier in Burghausen kommen, möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns hier vor heimische Kulisse von den Spielern zu verabschieden, die zum Saisonende den SK Hacker Burghausen verlassen werden. Unser Abteilungsleiter Dr. Hans-Peter Portner und der Manager der ersten Mannschaft Kurt Gaukler werden diesen Spielern nun einen Blumenstrauß überreichen. Nach zwei Jahren beim SV Hacker Burghausen wird Thorsten Wimmer den Verein verlassen und sich dem Landesminister SV Landau anschließen. Wir danken ihm an dieser Stelle und uns noch viel Erfolg und Glück bei seinem neuen Verein. Dankeschön für den Schwarzen Wimmer. Als zweiter Spieler wird Ronald Braun in den ersten Hacker Ballast. Ronald führt sich bereits seit der Schiene in den ersten Hacker und hat im Seniorengereich fast 250 Spiele in den 4.000 gestritten. Er gehört mich auch zu den Spielern, die ihn auch in die Bayern-Liga mitgerungen haben. Wir wünschen ihm alles Gute für mich zusammen und hoffen, ihn vielleicht wieder einmal in der Region des EM-Vermanns her sehen zu dürfen. Vielen Dank, Ronald Braun!